Wenn ich an den nächsten Youth and Mission Congress denke, dann freue ich mich auf gute Ansprachen, auf gute Musik, auf ein gutes Miteinander. Viele Freunde, die man sonst nicht allzu häufig sieht, weil man einfach verteilt ist in ganz Deutschland, in Österreich, der Schweiz. Es ist immer wieder cool, die Leute dort wiederzusehen. Und viel geistlichen Input, viele tolle Workshops, viele Antworten, auch vielleicht gestellte Fragen. Gute Erfahrungen mit Gott, viel Input, viel geistiges Wachstum. Ich würde anderen Jugendlichen empfehlen, auf den Jimm zu gehen, weil es einfach immer eine total coole Gemeinschaft da ist und du lernst so viele neue Freunde kennen und es sind echt immer Freunde fürs Leben, die man da gewinnt. Man merkt einfach, dass man auch, wenn man unter so vielen Leuten ist, trotzdem jeder einzelne wertgeschätzt und auch gebraucht wird. Dass dieser Zusammenhalt, den man dort hat in dieser Gruppe und dieses Feeling, das erlebt man sonst nirgendwo anders und dort ist wirklich der beste Ort, um Erfahrung zu machen. Ich war wirklich, wirklich auf Knien vor dem Kreuz und habe das zum ersten Mal wirklich begriffen, was krass ist, weil wenn du dein Leben lang in der Adventgemeinde bist und denkst, ich glaube an Gott, ich verstehe das alles und dann erfährst du es auf einmal, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das überwältigt einen einfach. Das werde ich nie vergessen. Der Youth in Mission verändert mich insoweit, als dass ich mein Leben neu überdenke, dass ich mir neue Ziele setze und dass ich jedes Mal aufs Neue ernst machen will mit Jesus. Youth in Mission Congress, der ist wirklich was ganz Besonderes. Auch was ganz Besonderes kann es für dich sein. Du solltest es nicht verpassen. Warum? Du hast dort ein paar Tage, die du erleben kannst, wo du so richtig schön tolle Gemeinschaft erleben kannst mit anderen jungen Christen. Du kannst dort Workshops besuchen, die dir für dein Leben was bringen, Ansprachen, die unter die Haut gehen, die ins Herz reingehen, wo du eine persönliche Entscheidung auch für dich treffen kannst, die dich weiterbringt einfach im Leben. Ich würde mich extrem freuen, wenn wir uns sehen beim Youth in Mission Congress. BEGINN BEGINN Untertitelung des ZDF, 2020